Untertitelung des ZDF, 2020 Was sie in den Wahnsinn treibt, heute in Extra um 22.15 Uhr. Kampf der Kobolde. Die Legende einer verbotenen Liebe. Jetzt bei RTL. Kampf der Kobolde. Die Legende einer verbotenen Liebe. Gleich geht's weiter. Nur bei RTL. RTL. Papa, was ist eigentlich Schwerkraft? Schwerkraft? Das ist Anziehungskraft. Also da fällt alles immer nach unten. Siehst du, so. Mein Frico Gouda hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Na, ist doch ganz lecker mit der Schwerkraft, oder? Käse kann die Wild bedeuten. Sahniger, milder, gauder. Frico. Wer Käse mag, wird Frico lieben. Erleben Sie die Bremsstärke. Das Handling und den Grip der Silica-Technologie. Ground Control. Handlochreifen. Mit frischer Vollmilch kann man unterschiedliche Sachen machen. Joghurt, Quark oder Milchschnitte. Viel frische Vollmilch, etwas Honig und zwei locker gebackene Schnitten aus Weizenmehl. Milchschnitte. Die kleine Milchmahlzeit. Sie denken, ein Tampon schützt Sie nachts nicht genug? Dann sollten Sie OB probieren. Denn ein OB-Tampon nimmt die Flüssigkeit sicher auf und öffnet sich wie eine Blume, ohne in den Verlauf ihrer Regel einzugreifen. Für sicheren Schutz und ein absolut sauberes Gefühl. Gibt es einen besseren Start in den Tag? OB. Ein natürliches Gefühl von Sauberkeit. Was würdest du machen, wenn ich dir jetzt einfach 8000 Mark schenke? Machst du aber nicht. Und was wäre wenn? Dann würde ich dich fragen, wo du das Geld her hast. Oh Mann! In jedem Haushalt ist Geld versteckt. Der AWD sagt wo. Denn wir durchleuchten unabhängig alle Finanzverträge und finden so niedrigere Beiträge, höhere Zinsen und Möglichkeiten zum Steuern sparen. Über eine Million Mandanten haben so ein paar Tausender mehr im Jahr. AWD. Ihr unabhängiger Finanzoptimierer. Kennen Sie das Geheimnis der Champions? Frau Mann, er geht noch. Logisch. Oh, nur ein. Dani Sahne von Danone. Wo die Champions haben wir kommen? Aus 60% gesunder Milch gemacht. Dani Sahne. Das Geheimnis der Champions. Von Danone. Hey, nur dann kriege ich mich. Komm, einer geht noch. Logisch. So. Jetzt haben wir auch TISDN. Leute, die Heinrichs da draußen, die wollen mit TISDN besonders günstig telefonieren und schneller surfen. Und dafür werden wir hier hart arbeiten. 24 Stunden. Mit jeder Faser. Unseres Körperchen. Oh nee. Freuen Sie sich auf TISDN. Denn da gibt's den T-Online-by-Call-Anschluss inklusive. Jetzt einsteigen. www.t-online.de und im T-Punkt. So zeige ich meinen besten Freund, wie sehr ich ihn mag. Mit dem cremigen Kiri. Denn da steckt viel frische Sahne drin. Und ganz viel Freundschaft. Kiri, der Käse für kleine Feinschmecker. Kiri, Kiri, Kiri. Mein Vater. Er wollte nie etwas gegen Durchfall nehmen. Aus Sorge um seinen Körper. Da habe ich ihm von den Imodium Akut Plus Krautabletten erzählt. Die befreien von Durchfall. Im Einklang mit dem Körper. Schnell und sanft. Imodium Akut Plus. Und der Tag gehört dir. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Traumhaft frisch. Herrlich saftig. Unwiderstehlich knöckig. Wer möchte da nicht gut miteinander Kirschen essen? Mon Cherie mit der Pirmontkirsche. Wie kann auch Ihre Haut so zart bleiben? Einfach Pinatenbabyöl auf die nasse Haut auftragen. Das schließt die Feuchtigkeit ein. Zehnmal mehr als bei den meisten Lotions oder Cremes auf trockener Haut. Und das ohne einen fettigen Film zu hinterlassen. Damit auch Ihre Haut babyzart bleibt. Pinatenbabyöl. Liebe, Schutz und Pflege. Warum hat der Kinder-Happy-Hippo-Snack eigentlich so lustige Knubbel? Ganz einfach. Nur so passen die riesige Hippo-Portion Milch und die vielen Haselnüsse überhaupt rein. Ja, Knubbel sind ein Muss für viel Milch und Haselnuss. Kinder-Happy-Hippo-Snack. Da hast du was in der Waffel. Das ist das Haus vom Nikolaus. Das ist das Haus vom Nikolaus. Die Stelmeier besonders günstig gebaut mit Hilfe der Baufinanzierung von der Sparkasse. Sprechen Sie mit uns über die Sparkassenbaufinanzierung. Gibbi! Ja, Müllermilch schmeckt und weckt, was in dir steckt. Jetzt mit 10% mehr Inhalt. Alles Müller, oder? Was? Aufgeschlitzt und zugenäht. Die Katzenmutter erwartet 5 niedliche Babys. Kurz vor der Geburt schneidet ihr jemanden den Bauch auf und raubt die hilflosen Kinder. Die Katzenfängerin. Morgen in Explosiv. Morgenabend bei RTL. Um 20.15 Uhr. Medikopter 117. Hände hoch. Die neue Kollegin in den Fängen einer Sekte. Schnell, holen wir aus! Um 21.15 Uhr. Die Klebberin. Born im Visier eines teuflischen Racheplans. Sie haben da nur ihren Sohn getötet. Um 22.15 Uhr. Kein Feierabend für Quincy. Sie haben leider den Falschen verhaftet. Reine Nervensache. Morgenabend ab 20.15 Uhr. Am 11. April bei RTL. Im Namen des Gesetzes die Erfolgsserie. Zwei Staatsanwälte. Zwei Kommissare. Ein Team. Ihr Job ist knochenhart. Ihr Ziel ist Gerechtigkeit. Ihre Leidenschaft ist das Gesetz. Im Namen des Gesetzes die neuen Folgen. Am 11. April um 21.15 Uhr. Kampf der Kobolde. Die Legende einer verbotenen Liebe. Gleich geht's weiter. Nur bei RTL. Jetzt neu mit Fruchtzwergedrink aktiv groß werden. Hey, jetzt brauch ich was zu trinken. Oh ja, ich auch. Mal sehen, was Mutti im Kühlschrank hat. Cola, Ursaft, Milchmix. Fruchtzwergedrink. Wow, neu. Mh, super lecker. Na klar, und meine Mutter sagt, die Proteine, Vitamine und das Kalzium im Fruchtzwergedrink aktivieren das Großwerden. Noch mehr Fruchtzwergedrink. Echt cool, deine Mutter. Mit dem neuen Fruchtzwergedrink aktiv groß werden. Bis 12 muss der Wagen weg. Das schaffen wir doch nie. Und dein Vater? Kopfschmerzen. Gerade heute. Papa! Gegen Kopfschmerzen gibt es Dolamin Extra. Sein Tempomacher Lysin sorgt dafür, dass der Wirkstoff besonders schnell vom Körper aufgenommen wird. Wo steht das Klavier? Dolamin Extra. Schnelligkeit ist unsere Starke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Neu, ultra starker Halt, egal was du machst. Rumprobieren ja, nachfrisieren nein. Nivea Haircare, neu, der Schaumlack, der zu dir hält. 100% Styling, 100% du. Gib mir Top Speed. War das ein Endspurt? Gib mir das oder die. Alles davon. Mika, Achtung hinter dir. Gib mir den Tunnelblick. Gib mir alles. Gib mir die neuen Teams, die neuen Fahrer, die neuen Kurse. Gib mir die neue Saison. Gib mir F1-2000 für PC und Playstation. EA Sports in a game. Wohin man auch geht, überall hört man jetzt davon. Herbal Essences Shampoo und Pflegespülung von Klerol. Man hört von belebenden Kräutern und pflanzlichen Wirkstoffen in reinem Bergwellwasser. Schon beeindruckend, wie viele Leute plötzlich ihr Haar lieben. Ja. Für mich bitte das gleiche Shampoo. Herbal Essences von Klerol. Pure Lust erleben. k Ouais. Süß! Jahr incorporation Kit. sind in 1.000. kommen Sie darauf 92. Super kannst du solidens herstellen. Der neue Seat Leon bei ihrem Seat Partner. Was machst du denn hier? Ich hab mir doch von Omis Weihnachtsgeld ein Handy gekauft. Und jetzt wollen die Leute, die mich anrufen, immer, dass ich sie zurückrufe. Zeig mal hier. Jetzt sag mal, da hast du dir das komplett falsche Netz aufschwatzen lassen. Udo! TD1, das brauchst du. Bei uns zahlen die Leute nur 48 Pfennig für jede angefangene Minute, wenn sie dich vom Festnetz aufs Handy anrufen. Und mit Aktivplus zahlen sie sogar nur super günstige 39 Pfennig. Günstig ist immer gut. Vom Festnetz zu TD1 ist die günstigste Verbindung, wenn man mal was ausdiskutieren will. Kauf dir die 1. Nee, ich... Oh, ich weiß ja. Vom Festnetz zu TD1 für nur 48 Pfennig pro Minute telefonieren. Sehr, nur aber jetzt... Halt, da, mein Drehergum! Alter, ein Träger, so schickst du nicht weiter. Wir brauchen mehr Equipment. Negativ. So teuer, ihr müsst uns zurechtkommen. Was? Das geht doch nicht! Geht nicht, gibt's nicht. Kettensäge, 349 Mark. Heckenschere, 119 Mark. Rasenmäher, 169 Mark. Praktiker, geht nicht, gibt's nicht. Jeder hat das Recht auf eine Pause. Die neue Milka Lila Pause. Völlig neu. Mit der Hand waschen? Geht das nicht einfacher? Einfach Swit. Mein Lieblingskostüm. Richtig frisch ist das nicht mehr. Aber auch noch nicht reif für die Vollreinigung. Einfach Swit. Jetzt wird alles einfacher. Mit dem neuen Swit. Frische Reinigung mit Ihrem Trockner. Nur Swit hat das reinigende Kompletttuch. Damit zuerst kleine Flecken sanft entfernen. Dann die Kleidungsstücke zusammen mit dem Tuch in den Schutzbeutel geben und ab in den Trockner. Auf 20 Minuten warm einstellen. Der aktivierte Dampf des Swit-Tuches frischt die Fasern auf und glättet Falten. Fertig. Einfach Swit. Das neue Swit. Frische Reinigung mit Ihrem Trockner von Henkel. Immer vorne dabei. Ist doch nicht schwer. Du musst einfach nur schneller sein. Neu. Die schnelle Spalt Liquor. Einzigartig. Die Kapsel enthält den fertig gelösten Wirkstoff gegen Kopfschmerzen. Die neue Spalt Liquor. So flüssig. So schnell. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Zott Starrfrucht ist für mich die ideale Zwischenmahlzeit. Leicht, aber still den Hunger. Zott Starrfrucht. Kleine Mahlzeit. Große Frucht. Neu. Jetzt auch mit Sechskorn. Doreen Jakobi. Tore Riefenstein. Du bist meine Geliebte, weil du nicht wirklich existierst. Manche Geheimnisse sollten nie gelüftet werden. Anna H. Geliebte Ehefrau Hure. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL. Sonntag bei RTL. Der große RTL-Sonntagsfilm. Ein tödlicher Virus und niemand kann ihn stoppen. Ihre Stadt steht unter Quarantäne. Wir haben 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn einer erkrankt war, haben es jetzt 10. Und wenn nur einer von Ihnen aus Cedar Creek herauskommt, dann haben die ein hochinteressantes Problem. Wenn dieses Virus dort herauskommt, werden 260 Millionen Amerikaner auf entsetzliche Weise stärken. Dustin Hoffman, Rennie Russo, Kevin Spacey, Donald Sutherland. Outbreak. Sonntag, 20.15 Uhr. Vielen Dank nochmal, Jessica. Kampf der Kobolde. Die Legende einer verbotenen Liebe. Gleich geht's weiter. Nur bei RTL. RTL. Begeisterung. Das einzig wahre. Begeisterung. Das einzig wahre. Mit der kostenlosen CD von Othello Online kommt jetzt wirklich jeder ganz einfach ins Internet. Othello, for a better understanding. Willkommen bei den Metre-Chocolatier von Lindt und den Geheimnissen der Schweizer Schokoladekultur. Jetzt vor Ostern nimmt unsere gute Lindt-Schokolade eine ganz besondere Form an. Mit zwei langen Ohren und einem goldenen Mäntelchen. Und wenn alles perfekt sitzt, bekommt unser Goldhase sein Glöckchen umgebunden. Schließlich sollen doch zu Ostern die Glocken läuten, oder? Und den Oster-Schoko-Spaß von Lindt bekommen alle Kinder, die der Goldhase besonders mag. Mit der kostenlosen CD von Othello Online kommen auch Sie ohne Grundgebühr ins Internet. Jetzt bestellen. 0183 1998 Knackfrisch? Das muss ein Leibniz sein. Butter Leibniz. Knackfrisch. Nur echt mit 52 Zähnen. Spielzeugdefekt? Wir bieten zwei Jahre Garantie auf alle Produkte, egal ob Kuh, Rennbahn oder Playstation. Autoist.de Den muss man schon vor Ostern gut verstecken. Den Schmunzelhasen von Milka. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay, one, two, three, four. Get up, get on up. I said, get up up. Get on up. I said, stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Come on, get up up. Get on up. I said, get up up. Get on up. I said, stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Come on. Get up up. Get on up. I said, get up up. Milka wünscht allen frohe Ostern. Sind Sie sicher, täglich die Nährstoffe zu bekommen, die Sie brauchen? Zur Ergänzung Ihrer Nahrung gibt es deshalb Zentrum. Mit lebenswichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Sinnvoll formuliert. Komplett von A bis Zink. Gut versorgt mit Zentrum aus Ihrer Apotheke. Wie geschmacklos. Und halten tut's auch nicht. Hält und schmeckt. Domolang lecker. Die Haltbarer mit dem vollen Milchgeschmack. Tag 41, nichts zu berichten. Tag 96, nichts zu berichten. Tag 210, wieder nichts zu berichten. Es gibt was zu berichten. Dr. Harris wurde ersetzt. Der Sieg ist unser. Connect with Sony. Go create. Haarfarben so lebendig wie die Natur. Mit den neuen Kolorationen von Ghoul Living Colors. Wie aktiviert Actimel Ihre Abwehrkräfte? Das sind ganz viele Aktivkulturen. Das sind so lebende Organismen, so Aktivkulturen. Und die stärken meine Abwehrkräfte. Fast 10 Milliarden LKCI-Aktivkulturen setzen aktiv in der Darmflora an und aktivieren so unser Abwehrsystem. Das sieht man doch, oder? Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Wissenschaftlich getestet. Das ist die Würze Ostafrikas. Das ist das Temperament Mittelamerikas. Das ist das Feuer Brasiliens. Und das ist die Fünfenmatte. Melitta Kaffee auslese. Was für eine Mischung. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Wenn man mal drüber nachdenkt. Möbel sind rund um die Uhr im Einsatz. Egal wie gründlich ich sauber mache. Oft bleiben an Textilien nicht nur Gerüche haften, sondern auch Bakterien. Deshalb benutze ich das neue Febris Antibag. Es befreit Textilien von Gerüchen und wirkt gleichzeitig gegen Bakterien. So fühlen wir uns wohl im ganzen Haus. Das neue Febris Antibag befreit Textilien von Gerüchen und Bakterien. Sie müssen sein Leben beschützen. Und werden selbst zur Zielscheibe. Die Motorradcops. Halt am Limit. Donnerstag, 20.15 Uhr. Nur bei RTL. Das haben Sie doch nie gesehen. Am 16. April. Bei RTL. Der große RTL Sonntagsfilm. Eddie Murphy ist Spezialist für Geiselnahmen. Willst du eine Limousine oder ein Cabrio? Verdammt, ich nenne eine Limousine. Eine Limousine. Eine Limousine. Doch an diesen Gangster beißt er sich die Zähne aus. Ich halte mich an die Vorschriften. Aber du Wichser, wirst mich nicht mehr angrenzen. Metro. Die Free TV Premiere. Am 16. April um 20.15 Uhr. Ostern bei RTL. Nichts für Angsthasen. Sie haben keine Angst. Willkommen bei Conair. Keine Angst zu handeln. Keine Angst vor der Wahrheit. Ich muss lügen. Sie haben keine Angst. Die absoluten Superstars in fünf Mega-Kinoerfolgen. Zum ersten Mal in Free TV. Knockin' on Heaven's Door. Der Dummschwätzer. Face Off. Conair. Dante Speak. Ostern bei RTL. Nichts für Angsthasen. Ein zauberhaftes Land wird sie in seinen Bann ziehen. Erleben Sie Rupi Goldberg und Randy Quaid in einer atemberaubenden Legende. Kampf der Kobolde. Jetzt als Videoedition im Handel. Oder unter 085-5115. Wolltest du's denn tun? Wer weiß! Kampf der Kobolde. Die Legende einer verbotenen Liebe. Gleich geht's weiter. Nur bei RTL. RTL. Morgens halb zehn in Deutschland. Da trifft man auf Fahrlehrer. Auf Pannenhelfer. Auf Dirigenten. Und auf Ihr Frühstückchen. Knoppers. Frisch und knusprig gebacken. Aus guten Zutaten. Genau richtig. Morgens halb zehn in Deutschland. Knoppers. Knoppers. Das Frühstückchen. Hier, was hältst du von der Woche London? Oder Linienflug nach Moskau? Nee. Mit dem Wohnmobil durch Kanada. Sag mal, weißt du eigentlich, dass mein neuer Bikini hier reinpasst? Okay. Zwei Wochen Seychellen. I'm gonna get you more, man. Yeah. I'm gonna get you more, man. Yeah. I'm gonna get you more, man. The fragrance from Hugo Boss. Boss bottled. Im Auftrag ewiger Jugend und Gluckseligkeit kämpft Kinderüberraschung gegen den Ernst des Lebens. Käpt'n, Turbulenzen auf dem Planet Homolus. Ei, ei, ei. Ganz schön dicke Luft da unten. Wie mich runter. Überraschung. Ein Ei. Hier kommt Spannung, Spiel und Kinderschokolade. Alles drei in einem Ei. Die Turbulenzen lösen sich auf. Na dann, voller Spieltrieb voraus. Und wieder ist Kinderüberraschung unterwegs im Auftrag ewiger Jugend und Gluckseligkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Olynd, das meistgekaufte Schnupfenmittel Deutschlands. Olynd befreit dicke Nasen, dünne Nasen, alte Nasen, junge Nasen, große Nasen, Baby Nasen, starke Nasen, süße Nasen, zarte Nasen, freche Nasen, lange Nasen, kurze Nasen, kleine Nasen, feine Nasen, kluge Nasen. Olynd, kein Schnupfenspray. Macht mehr Nasen wieder frei. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Packung des ZDF für funk, 2017 Super RTL präsentiert eine ganze Nacht im Zeichen der Cartoon. Es ist das Schärfste, was ich hier erlebt habe. Im Mittelpunkt Alice im Wunderland. Erwarten Sie das Unerwartete. Ich komme zu spüren. Cartoon-Special-Nacht am 14. April. Exklusiv bei Super RTL. Sir! Mann über Bord, Sir! Wirklich? Erinnert Sie das an Ihre Versicherung? Wir helfen sofort. DBV Winterthur. Die Unkomplizierten. Das Leben ist für mich ein Tanz. Alles eine Frage der Balance. Die kleinen Sünden gönne ich mir. Weil ich sie wieder ausbalanciere. Schon probiert? Die extra fruchtigen Natrinen-Konfitüren. Natrinen. Alles im Balance. Er frisst immer noch nicht? Ja. Er scheint krank zu sein. Er ist nicht kranker. Er ist deprimiert. Er braucht blaues Licht. Blaues Licht? Blau macht glücklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hauptsache gute Bremsen an Bord Der Bremsencheck für nur 9,90 Mark Jetzt bei Pitstop Yo, 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 Yo Hm, was für eine Frische Hm, woher diese Frische? Oh, vom neuen flüssigen Dasch-2-in-1-Hydraktiver Habener Flüssiges Dasch? Ja, Flüssigwaschmittel mit eingebautem Weichspüler Dass die Fasern durchströmt. Für langanhaltende Frische, die sich nach und nach entfaltet. Eine Oase der Frische. Neu. Das flüssige Dasch 2 in 1 Hütativ. Gleich bei RTL. Extra mit diesen Themen. Und 50 Katzen und kein Kratzen. Diese Creme verspricht das große Aufatmen. Was taugt das Wundermittel gegen Allergien? Außerdem Pinkelkontrolle. Wie lange dürfen es Männer noch im Stehen tun? So, ja. Wie war es? Die Klopolizei im Einsatz. Bis gleich. Willkommen bei Conair. Keine Angst zu handeln. Keine Angst vor der Wahrheit. Ich muss lügen. Sie haben keine Angst. Die absoluten Superstars in 5 Mega-Kino-Erfolgen. Zum 1. Mal in Free-TV. Knockin' on Heaven's Door. Der Dummschwätzer. Face-Off. Conair. Dante Speak. Postern bei RTL. Nichts für Angsthasen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Ausgabe. Heute mit diesen Themen. Pinkelkontrolle. Wie lange dürfen es Männer noch im Stehen tun? So, ja. Wie war es? Naja, unbewohnt, ne? Also fast nichts daneben gegangen. Bis hier vorne, ne? Die Klopolizei im Einsatz. Und 50 Katzen und kein Kratzen. Diese Creme verspricht das große Aufatmen. Was taugt das Wundermittel gegen Allergien? Es war ein fragwürdiger Freundschaftsdienst, den die drei Jugendlichen aus Mönchengladbach ihrem 19-jährigen Kumpel erweisen sollten. Da es jedoch zwangsläufig auch sein letzter Wille war, konnten sie ihm die seltsame Bitte offenbar nicht ausschlagen. Der Junge wollte nicht mehr leben und bat seine Freunde, ihn zu töten. Doch als diese nach anfänglichen Fehlschlägen feststellten, wie schwierig es ist, einen Menschen umzubringen, artete der tödliche Gefallen in einem brutalen Gewaltakt aus. Deswegen stehen die drei jetzt vor Gericht. Elke Farrenkopf und Kurt Koffhorn mit dem Fall der Woche. Sie sind 17, 19 und 21 Jahre jung und sie planen einen Mord. Das Mordopfer ist in ihrer Mitte. Es ist Kaspar, der freiwillig aus dem Leben scheiden will. An diesem Nachmittag trifft er seinen Mörder, beauftragt ihn, ihn umzubringen. Ein Selbstmord auf Bestellung. Doch vier Tage später wird sich Kaspar alles anders überlegen. Aber da ist es schon zu spät. Der junge Mann wird von dem Mörder, den er für sich gedungen hat, mit einem Ziegelstein erschlagen. Wenige Stunden nach der Tat im Wald bei Mönchengladbach. Die Polizei findet am Fundort der Leiche einen Abschiedsbrief. An der Tat im Wald beteiligt waren nach Ermittlungen drei Jugendliche. Unter Mordverdacht verhaftet werden Mario G., Melanie L. und ihr Freund Marc. Der Polizei erklären sie später, sie wollten ihrem Opfer Kaspar nur beim Sterben helfen. Man muss sich fragen, wie ein Mensch strukturiert ist, der zu so einer Sache fähig ist. Aber manche Sachen können sie nicht erklären. Und sie müssen immer wieder, gerade als Polizeibeamter feststellen, dass es immer wieder Sachverhalte gibt, die eigentlich rational nicht erklärbar sind. Kaspars Freunde wussten von seiner Todessehnsucht. Immer wieder hatte er sich darüber geäußert. Auch gegenüber seiner Freundin Tanja. Noch drei Tage vor seinem gewaltsamen Tod versucht sie ihm zu helfen. Doch er fühlt sich von der Welt verlassen. Also ich finde, man hätte den davon abbringen können. Ich war ja freitags, bevor er mordet worden ist, noch bei mir. Er hat halt auch davon gesprochen, dass er gerne Selbstmord begehen möchte, Drogen, Alkohol, Schlaftabletten. Ja, und ich habe ihn dann für sich so gut wie davon runtergesprochen. Er hat ja keine Arbeit mehr gehabt und so. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann leicht ihr halt das Geld für den Personalausweis, weil der ist ihm auch irgendwie abhandengekommen. Und dann meinte er, ja ist in Ordnung, hatten wir uns samstags verabredet.